Ada? Nein. Oh. Nein! What the fuck? Hier unten ist übrigens auch dicker Keller. Hier, ich hab schon den Aufzug frei gemacht. Irgendwie kann man da... Ah! Ich hab nur noch... Was hast du getan? Ich hab nichts gemacht. Ada, hast du geschossen? Jemand anders sieht mich nicht auf dem Dach. Ich hab die ganzen Kiss zerschossen. Razer ist... Die ist runtergefallen. Oh Mann. Sorry, sorry. Lampe steht AFK rum. Nein! Ich hab grad mit den Chels-Vorschnitt hier geschafft. Nein! Mit mir! Was macht ihr? Glaub ich zumindest. Ja. Die war's! Die war's! Ich wollte eigentlich nur Juna schießen. Ich habe Frauenkinder, bitte nicht. Bitte. Oh Mann. Ja, ja. Ja. Okay, gut. Oh, mein Herz ist verbrochen. Also Jungs, ich bin jetzt wieder singt. Oh, super. Ja, aber ich bin nicht homosexuell. Hier gibt's keine... Au! Oh Gott, der killt ihn wirklich. Das muss ich auch mal verhandeln. Was war er? Oh, jetzt... Kevin Watch Raider, ich hab grad einen Boomerang aufgehoben. Was? Ja, dann viel Spaß mit dem Boomerang. Hast du nicht. Den muss ich gleich mal ausprobieren. Danke. Oh nein! Oh Mann, ich wollte ihn doch einfach nur wegschmeißen. Oh ja. Guck mal... Ja. Ich weiß, du kann jemanden haben Sie gehen. Oh Gott, du bist so blöd. Ich hab nur noch was für ihn gekämpft. Ich hab immer noch 50 ab! Da ist gleich ein Foto gefallen und er verreckt! Hä? Aber es ist nicht normal! Basti, Alter! Wer liebt denn jetzt noch alles? Alter, ihr habt mir Schaden gemacht! Geht weg da! Mann, helf doch nicht den Traitor! Ich hab hier dringend genug Probleme! Warte! Ne, kein Piepsen! Nein! Nicht mit dir! Nein! Nicht mit dir! Nein! Oh! Oh! Das war die June! Ja! Leute, was ist das denn? Ich hab die June-Ax-Scheiße auf den Detective getroffen! Das sah so blöd aus! Das war richtig böse! Das war richtig böse! Das war richtig böse! Das war richtig! Und dann geht's! Das war richtig!